Das coole ist, dass ich bei jeder neuen Aufnahme was Neues lerne und deshalb voll motiviert bin, nochmal neue Freestights zu machen, weil ich gleich das, was ich beim letzten noch nicht beachtet habe, sozusagen im nächsten umsetzen will, auf den letzten bezogen wäre Sehr schön, sehr schön. Jetzt schaue ich mal, was in der Rap in München Gruppe schon wieder passiert ist, ob etwas Spannendes, Neues passiert ist und für den Fall, dass dem eventuell nicht so ist, kann ich ja immer noch andere Facebook München Rap Gruppen belästigen. Nikolas Leroy Braun hat noch etwas gepostet. Ach ja, die andere Idee war, das schwarze Brett München in Freestyles umzuwandeln. Da schaue ich erstmal, was der... Vor allem der dritte von unten. Okay, du hast eine Beat Playlist gepostet, dann werde ich mal die hier benutzen. Vor allem der dritte von unten. Das reint sich sogar. Greg Mac Get Down. Boah, ich bin schon voll gespannt. Yo, 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 oh, check, check, yo. Okay, my man, check den Rap-Sound. Dieser Beat, der heißt Get Down. Der ist so wie die Serie, die ich noch nicht gesehen hab und auch noch nicht hörte. Im Sinne von erlebte. Aber ich sehe da jeden darüber erzählen über diese Serie. Und Nas hat dazu den Soundtrack gemacht oder so ähnlich. Aber das ist mir zu viel Gesinge. Ich will lieber einen Beat und eine Stimme. Diese Serie, ihr wisst schon Get Down. Vielleicht werde auch ich sie dann noch schauen und mir überlegen, wie das so war. Irgendwie in den USA in den 70er Jahren. Aber der Beat ist schon 1994. Und ich glaube, ich wollte es genauso hören. Das ist der Qtip Remix. Der erfrischt mein Bizeps im Sinne von gib mir die Kraft. Und ich glaube, ich habe diesen Shit hier gemacht. Es wird interessant für die Gruppe. Und ich finde sie krass. Vor allem der dritte von unten. Ja, den rate ich in München zu pumpen. Aber sonst ist nix los in der Gruppe da. Nicht mal am Muttertag. Obwohl eure Mütter ja sicher so twittern. Oder sie haben ihre Finger an Tippen. Yo, ihr müsst es wissen. Aber es passt schon bei Rap in München. Okay, was geht denn da noch? Ich weiß es nicht. Ich bin ein fieses Arschloch. Und sag doch gleich, dass ich noch was anderes mach. Es wird sagenhaft. Hip-Hop und Rap in Munich. Denen geben wir jetzt Crasse Music. Im Sinne von diesem Scheiß. Den ich direkt darüber Freestyle rhyme. Ja genau, ich will ein bisschen rappen. Aber fuck, ich bin auch in der Gruppe. Diese Admin. Mitgliedsanfragen, die direkt dann wieder was sagen. Und zwar, ich will in diese Gruppe. Hier rein. Muss das sein? Dorn, die PX und dann Raze. Verdammt, dieses Profil ist erscheinlich wieder fake. Verdammt, was ist das? Ich weiß es nicht. Ich denke so zickzack. Soll ich sie nehmen? Soll ich sie freischalten? Oder soll ich sie lieber als blockiert verwalten? Sie ist Mitglied in null Gruppen. Verdammt, die Schuppen fallen mir von meinem Kopf. Denn ich weiß nicht, soll ich das nutzen? Soll ich jetzt stalken? Oder soll ich sie einfach so beim Wort nehmen? Soll ich ihr das mal glauben? Oder ihr sagen? Schau mir erstmal Liebe in die Augen. Komm mal persönlich jetzt an Bahnhof. Aber da merk ich, verdammt, sie ist aus Chicago. Wieso willst du dann unbedingt in der Gruppe sein? Ich frag nochmal, muss das sein? Ich push nen Reim. Direkt und hab Lust, bewusst zu schreien. Verdammt, was soll das? Oder du stolperst. Aber ich bestätige dich und denke, dass dein Gehirn hoffentlich nicht so neblig ist, wie das von den anderen. Die nennen in der Gruppe bloß irgendwelche Scheiße anfangen. Mach mal nur ein Spielstopp. Das ist Beatbox. Timo Trash. Und der kriegt von mir hier diesen Freestyle-Rap. Spielstopp hab ich's bloß gesagt. Denn das hat am Ende irgendwie auf Beatbox getrast. Yo, der Anthem. Ich check's, man. Kennst es, der Anthem. Willst du uns jetzt damit battlen? Vor drei Stunden hast du das da gepostet, wieso nicht in meiner Gruppe? Verdammt, ich fühl mich im Rap in München einsam. Wieso gehst du bloß in die andere Gruppe da rein und denkst, du kannst da Schleim? Den Leuten sagen, hier habt ihr nen neuen Beat und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder gebt oder gibt oder geben würdet. Was hältst du von den Lyrics, die ich gerade gerappt hab? Check das. Oida, was geht? Die Gruppe ist viel aktiver. Manchmal musst du einfach... Halt die Fresse. Ähm, Hip-Hop und Rap in Munich. Diese Facebook-Gruppe ist viel aktiver. Skip-Ads. Yo, Mac, I don't even understand how they didn't understand you in that Mary-Joy. Kick that on robotic futurist George Jetson. Nächster Beat, Flavorin' ja ihr. Bin Flavorin' ja ihr. Ich mach das für ihr. Ich meine für euch. Grammatikalisch verpeile ich Deutsch. Manchmal, wenn der Reim irgendwie hin muss, dann hab ich anderen Input. Im Sinne von Gedanken, die mir dann sagen, mach die Reime einfach so, dass sie dann passen. Ja, es ist ein bisschen freaky, wie ich freestyle, sagt das dem Rock-Easy. Oh, er hat sich voll bemüht für seine Single, sie heißt Revue. Ja, das ist der derbe Rap-Shit auf nem Boom-Bap-Beat von diesem Cap Kendricks. Ja, ein hartes Stück und das Video hat gedreht, dieser Avid wünscht. Das ist es, das erste Video aus der EP. Ja, Mann, ich kaufe dann sie vielleicht, nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich hab dich in einem Reim erwähnt, das ist doch nett und dem Lukas gefällt das. Da bist du in guter Gesellschaft, denn der Lukas ist der Digital-Luke und meistens fand ich seine Beats ziemlich gut. Davy Alroth hat den Swango-Scheiß auch dahin gestellt, aber ich glaub, ich geb ihm mal Geld, damit er aufhören kann zu versuchen, mit der Mucke München zu verfluchen. Im Sinne von ein Label dann halt so aufzuziehen. Euter, ich weiß nicht, ob ich Bock hab, das draufzukriegen in meinen Filken rein. Irgendwie such ich noch nen Rhyme, doch er ist nicht pflegeleicht. Yo, was war da so? Aber immerhin gab's nen Comment von dem Staccato-Flow. Was hat das mit Hip-Hop und Rap zu tun? Ja, Mann, echt recht gut, dieser Kommentar. Aber ich hab nix gegen Musik, die ist ein bisschen sonderbar. Yo, es gibt kein Dresscode. Du kommst einfach in die Gruppe rein, auch Swango, meinetwegen. Denn Manneke Peace hat belegt, er kann manche mit Rhymes zerlegen. Und vor allem sich selbst, aber ich rapp zu viel über Scheiß, der mir nicht gefällt. Vielleicht rapp ich lieber über Dave Stone, denn ich weiß, der hat da etwas gepostet. Ich wusste nicht, was soll das bedeuten, aber er postete erst mal Moinsen. Was ist das für ein komischer Dialekt? Ich weiß nicht, passt das denn jetzt rein in diesen Freestyle-Rap? Er wollte Tickets kaufen von Hip-Hop-Camp und dann sagte Tommy Kausen. Soll man endlich Kolonne fahren? Ich weiß nicht, eu, da redest du bloß Schmarrn. Ach so, es ging darum, wer hat noch reinen Sitzplatz zu diesem Camp in Tschechien. Hip-Hop war irgendwie dann mal wieder die Mission und ich habe das Verstanden in der Dimension. Leon iRock, habe ich gesagt, nimm deinen iPod mit und dein Gepäck, was du sonst noch so brauchst. Und geh direkt dahin zu dem Auto, du kaufst. Ein bisschen einen Sitzplatz und kannst dann mitfahren. Davey L. Rock postet schon wieder. Eu, da verpeste nicht das Klima, ich freestyle. Gerade oder dann macht dieser Alex Löser einen Rap. Früher war er böser, ich weiß noch, damals war er Türsteher. Hat gesagt, in die erste Liga kommt nicht jeder, yo. Und er wollte sie nicht reinlassen, dabei war es der 24. 12. Weihnachten. Wen mit sie? Oida, das war ein krasser Produzent und ein krasser MC. Der Alex war damals Türsteher und hat zum Fat Tony gesagt, Oida Gamer. Und auch den Provo hat der nicht reingelassen. Seitdem ist dein Rap-Scheiß für mich nur Seifenblase. Im Sinne von nicht real. Also such ein anderes Spiel. Nee, kein Hate. Waren jetzt alte Gefühle. Okay, es switcht in dieser Playlist auf den nächsten Beat. Also danke an diesen einen Gürzer in der einen Gruppe für diese Playlist. Ich hab deinen Namen schon wieder vergessen. Wie heißt du? Lass dich mal hier kurz Props geben. Wie heißt du? Wie heißt du? Nikolas Leroy Brown. Der Beat, der Talk. Danke an Nikolas Leroy Brown. Cool, du hast mitgemacht. Ich hab nach nem Beat gefragt und du lieferst was. Deshalb heißt du Nikolas, fast Nikolaus. Ja, Mann, ich habe diese Beats gebraucht. Verdammt, Mann, wo war ich? Ich bin ein bisschen verteilt, das geht gerade in das Fazit. Was gibt's in den nächsten Poster? Ich weiß es nicht, Oida. Vielleicht bin ich schon in Ohnmacht und da peil ich überhaupt nix mehr. Aber gib mir die Infos, ich brauch noch mehr. Deshalb sitz ich den ganzen Tag von diesem Facebook-Kommentarfeld. Und frag mich, was die Welt da so nachstellt. Und was jeder denn da so schreibt. Und was jeder denkt, dass er peilt. Und dass jeder denkt, dass er teilt. Aber irgendwie am Ende dann gar nix mehr weiß. Dominik Aschenbecher. Ist das so ein conscious Rapper von der Gruppe Bier2? Er hat einen Beitrag geteilt. Und ich habe gesagt, ja, die Rhyme sind geil. Von dieser Troop, Julian Reimers, ist auch da. Und ich glaub mal, diese Beats sind brauchbar. Denn Tuff Brown hat sie produziert. Und hat das jetzt rausgebracht. Ja, zu viert. Oder vielleicht nur zu zweit. Wie sind sie denn jetzt in der Gruppe dabei? Auf jeden Fall mehr als zwei. Denn der Produzent ist ja auch noch dabei. Auch wenn den kaum einer kennt. Aber er macht die Scheiße dann im Hinterzimmer. Und er klimpert immer wieder auf dem Klavier da. Ja, es verwirrt grad ein bisschen. Aber ich bin ein Freestyle-Spieler. Deshalb spiel ich. Ja, und will ich's nehmen in Dietrich. Knacke damit das Schloss in deinem Gehirn. Auch wenn dich dann leider die Rhymes verwirren. Sei nicht so kleinkariert. Wenn ich manchmal verhaspel, ich muss einfach wieder irgendwie weitermarschieren. Und ich glaube, ich bleibe noch hier. Ich weiß nicht, was ich mit dem Beitrag anfang. Yo. Ehrlich gesagt, ich tanz nie. Deshalb brauch ich keinen Beitrag von Ron. Fucky. Nisch, Mann, ist cool. Diese Party gehen paar Leute dahin. Und ich frag, wie war sie? Und sie sagen, die Musik war recht laut. Aber alles in allem hat es ja voll getan. Yo. Was geht auch? Roman Kepler. Der Scheiß ist nicht grau. Der Scheiß ist schwarz. Ah, er macht ein Video. Ich weiß es nicht. Der Typ ist ein bisschen wie O. La, er sagt so. Ich hör ihm nicht zu. Da hör ich lieber das Klo. Denn ich hör eure Beiträge nicht an. Verdammt, ich fühl's da lieber darüber. Denn ich bin die One. Yeah. Gib dir. Okay, Beat, gerade Pause. Ich blick zurück auf die Zeit, die mich stillstehen lässt. Irgendwas hält meine Seele fest. Okay. Doch keiner sagt mir, was es sein kann. Was kann es sein? Aber geh dann immer an Eingang. Okay. Okay. Aber einsam. Okay. Ich geh in mich, ein unklärbarer Zweikampf. Okay. Zeh Teile auf mein Weg. Zeh Teile aus mein Leben. Eines aus der Sonne und eines aus dem Regen. Okay. Eines aus dem Schatten, der mich quert. Okay. Doch keine Last, die mich stärkt. Nur Hass, der mich nährt. Werde blass, brauche mehr. Und die Sonne taucht leer. Okay. Ich seh Bilder aus dem Silberhauch. Im Fensterraum, wie von einem Kind gebaut. Und nun steh ich hier und schreibe. Den letzten Part der Reise. Gefangen in meinem Wintertraum. Evo. Ich skipp mal zurück bei der Beat-Playlist, damit ich noch ein paar Beats hab. Mal wieder. Yo. Es verändert sich schon das Klima. Verdammt wie ein Spielplatz. Ich bin der Typ, der mal wieder zum Beat passt. Yo. Ich wollte mich über dein Video nicht lustig machen. Es würde auch super in unsere Gruppe passen. Don't touch the mic. Das gefällt mir, deshalb gebe ich einst deinem Rap hier. Und zwar so einen Klick. Ich hoffe, du bekommst das hier mit. Ich freestyle gewitzt über dich. Und ich hoffe, du hältst deinen Schritt und findest das frisch. Oder es taugt dir nicht. Dann musst du sagen, Leute, das brauch ich nicht. Oder musst ein Freestyle-Disk gegen mich schreiben. Oder musst es so wie Lidl machen und versuchen, mich zu beleidigen. Und mich ein bisschen aufregen. Da geb ich was wie aufregen. Und zwar einen Schuh. Wenn ich mit dem Fuß in der Pfütze lande. Cool. Was geht denn da ab? Keine Ahnung. Aber ich frag nach. Hip-Hop für die True Schooler. Ja, Mann. Das ist cool da. Im Nick-Lapp-Klapp. Wie gesagt, da geht's Mitternacht richtig ab. Wenn der DJ was auf die Plattenteller packt. 28.8er. 26.8er. Oida, ich mach grad nochmal irgendwie das richtige Datum. Sonst kommen Menschen am falschen Tag. Sagen, ich hatte keine Ahnung. Denn dieser Freestyle-Scheiß von Liyuan hat mich irgendwie verwirrt. Deshalb komm ich da zu füttern. An die Tür, aber bin am falschen Tag da. Und dann sag ich Liyuan, bezahl meinem Psychiater. Denn ich hab da irgendwie Probleme. Immer wieder in den Hip-Hop-Club reinzugehen. Vielleicht ist ein Türsteher da wie früher dieser Alex und sagt. Tut mir leid, du kommst nicht rein. Das ist Klartext, yo. Denn du hast scheiß Schuhe an. Aber ich sage, oida, das ist doch ein cooler Tag. True Schooler mag ich. Das heißt, ich hab auch ne passenden Haarschnitt. Vielleicht bald, aber ich bin schon alt. Das heißt, ganz egal, ob ich komm in nem Kleid oder mit was sonst. Es fällt einfach auf. Ich bin etwas alt, aber habe es drauf. Yo. Ü30 Party, sag mir, wo war sie? Ich brauche nen Haarschnitt. Vielleicht dafür oder nen richtigen Anzug. Ich bin der Typ, der bei den Partys niemandem was antut. Verdammt. Ich bin ja gar nicht gefährlich. Ich bin bloß ehrlich. Und ich wehre mich. Wenn mich jemand attackiert mit einem Schwertstich. Miller Nächte, Juju Rogers, kommt am Freitag. Das hab ich schon gefeiert. Mit dem anderen Beitrag. Sikotem. Krasse Skills. Sikotem Migrant. Hören wir das mal kurz an. Machen beide Beats kurz auf Pause. Migrant, das ist doch interessant. Okay. Real Talk oder was? Sozialkritischer Rap über Geschehnisse. Der Migrant. Nice. Untertitel. Du gehst vorwärts. Mit der Nostalgie, die dieses Ziel und seine Liebe begleitet. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, dein Auswandler zu sein. Das ist der. Okay. Oh, ich wollte noch weiter. Nice. Du kriegst von mir ein Like. Ich baue dich ein in die Freestyle, die ich zeig. Endlich wieder ein Video und ich finde das Video nice. Okay. Wie? ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich erzähle sie bloß, denn sie passt gerade so schön auf den Beat Verdammt, denn der Beat ist so schön düster Und Toni Crisp gibt zu, du bist kein Münchner Aber okay, du darfst in der Gruppe bleiben Ich hab gerade ein bisschen untertrieben Ich will nicht untertreiben, sondern will halt übertreiben Und deswegen muss ich dir das in diesem Freestyle zeigen Dass ich so verrückt bin Ich passe nicht nach München Was ist das, ich sage und frage Was ist das für Plakat von Damen? Ich sehe die Plakate in dieser Gruppe und habe eine Frage Ich würde eigentlich sagen, ich battle nie Aber bin bereit für ein Battle mit dem Apple Tree Der Dritte als Support deckt auf Und ich glaube, dass der Typ gegen mich Worte braucht Weil er irgendwie dann sprachlos dasteht und sich fragt Ist das Lee One oder David P? Oder wieso kann dieser Typ auf einmal so gut? Irgendwie Freestyle, nur bleibt immer ganz hängen auf den Grove Tut es wie Tut tut einem Zug Und du liegst daneben und es spritzt dann aus dem Blut Apple Tree, wir haben vor zehn Jahren gebattelt Weißt du noch irgendwie, wenn es dich dann festhält in deinem Kopf irgendwie die Erinnerung Und ich glaube, bitte komm und nimmst mir Grund, dass ich das erwähne Aber ich sage, wie es war, es war so eine krasse Szene Du hast irgendwie gesagt, ich hätte keinen Penis Und ich habe es dir fast bestätigt Aber dann gesagt, ich lasse meine Hose runter Und du hast dich irgendwie gewundert Deine Mutter war Gott sei Dank nicht im Publikum Du hast den Jury-Vote gekriegt Aber ich will dieses Battle wiederholen Straßenmusikantentour Oida, leg an den Wurs Denn es wird dann irgendwie ziemlich heavy Wenn ich da reinkomme zu diesem Battle Auch Davey Jones kommt dann daher Und sie spielen irgendwie vielleicht dann nur noch Reggae Damit es irgendwie ein bisschen chillig ist Aber deine Security ist für mich kein Hindernis Ich habe eigentlich gesagt, ich mache nur noch einen Beat Deshalb höre ich es an der Stelle auf Es hat Spaß gemacht Es sind irgendwie 29 Minuten geworden Ich schaue mal, ob ich das in einem In einem In einem Wie sagt man? In einem Guss hochstelle Oder ob ich hier was schneide Wenn ihr das seht Und ich dieses Outro Gelaber von mir dran lasse Dann werdet ihr meine Entscheidung schon festgestellt haben Daran, wie ich es geschnitten habe Das ist halt das Komplizierte mit dieser Zeit Äh, Verpeilung Weil ich denke jetzt sozusagen in die Zukunft hinein Aber in der Zukunft ist dann schon Gegenwart Und ihr seht das als Vergangenheit Und es ist alle ein bisschen verwirrt Und ich muss jetzt aufhören Sonst kommen mir zu viele komische Gedanken Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei Und kommt jetzt alle in die krassere Gruppe rein Und, äh, nimm es mir nicht übel Dass ich ein bisschen verrückt bin Und die Beats mich einfach zu komischer Scheiß inspiriert haben Okay?